hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 abo special und ja wer ihn nicht kennt er ist ben ich bin sebastian und ja schön dass ihr eingeschaltet habt ja 1500 abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken also vielen vielen dank ist wahnsinn was hier der letzte zeit abging ohne ende kommentare ohne ende abos natürlich auch wegen den guten stück hier der pico 4 hat natürlich sehr viel aufmerksamkeit bekommen dann gab es aber auch noch eine schattenseite wer es nicht mitbekommen hat ich bin quasi attackiert worden von irgendwem der meint es witzig zu finden mein kanal mit abokauf und so weiter ja zu unterstützen ja ist eigentlich eher negativ wenn man abos kauft und eventuell sogar likes und klicks bin ich mir nicht sicher youtube ist informiert youtube hat gesagt es geht sogar jetzt eine etage höher die wollen jetzt herausfinden was da genau los ist aber ich habe bin stetigen e mail kontakt mit denen und ja da bin ich mal gespannt was da kommt aber die gekauften abos die 500 dies waren die sind innerhalb von anderthalb tagen auch wieder weg gewesen das ist das positive also wir sind jetzt wirklich bei ja wir katzen aktuell kurz vor 1600 aber die 1500 sind geknackt definitiv da bin ich ja auch stolz drauf ich würde auch niemals im leben würde mir einfallen abos zu kaufen weil ich freue mich echt um jedes abo was ihr mir gebt jedes kommentar jedes like was ich mir dann verdient habe durch durch meine videos und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen um irgendwie ja einfach mehr abos zu haben ist einfach schwachsinn ich mache das hier aus hobby es wäre cool wenn aus hobby irgendwann ein bisschen teilzeit beruf wird aber er geht es in die hobby schiene halt rein und ja dafür möchte ich mich bei euch bedanken und ja was können können wir fans am besten gebrauchen ja geld geld braucht man immer ne aber spiele keys habe ich mir gedacht sind gehen immer gut und ja ich habe einige entwickler angeschrieben mit denen schon lange in kontakt bin es sind sogar noch zwei drei in der pipeline wo ich nicht weiß bekomme ich da eventuell doch noch was entschuldigung auf jeden fall habe ich jetzt schon eine ganz gute liste zusammen was ich für keys habe und die gehe ich mal ganz kurz mit euch durch es wird mehrere videos geben mehrere gewinnspiele und dieses intro was ich jetzt hier aufnehmen ist aber an jedem video oder an jedem game gewinnspiel dran also das ist das erste video was ihr dann seht fand ich jetzt am einfachsten so zu machen auch wenigen kommentaren es gibt verschiedene keys verschiedene plattformen auch von der anzahl her ist das teilweise unterschiedlich von daher ist es am einfachsten wenn man für jedes spiel ein eigenes video macht ja wir haben wanderer haben ein steam key bekommen wir haben die mio zwei keys bekommen da können uns die plattform sogar aussuchen dann haben wir sie secret of retropolis die haben mir sechs keys zur verfügung gestellt drei steam keys drei quest keys dann haben wir after the fall after the fall die haben mir auch sechs keys zur verfügung gestellt also mega auch für meter quest playstation vr und steam jeweils zwei keys und dann haben wir blade and sorcery da habe ich zwei steam keys bekommen und mega also ich finde das sind alles richtig geile games und ich bin super dankbar dass die mir die diese gegeben haben und ja sehr viele entwickler haben auch geschrieben es wäre echt nett aber auch an die leute da draußen die die das spiel eventuell sogar haben alle spiele egal welche schreibt rezension wenn euch besonders wenn euch das spiel gefällt schreibt rezension meistens schreiben die leute nur rezension wenn ihnen was nicht gefällt aber die vr entwickler brauchen unbedingt mehr unterstützung besonders bei steam via es ist so wichtig positive bewertung zu haben als ranking gibt und so weiter und von daher schreibt positive rezensionen wenn euch ein spiel gefällt das ist mega wichtig und natürlich wenn ihr hier diese spiele auch gewinnen solltet würde ich mich natürlich freuen wenn er dahingehend auch den entwicklern ein bisschen unterstützung leistet ja leute nach diesem video jetzt hier nach diesem intro wird es dann zu den jeweiligen spiel gehen und zu dem jeweiligen gewinnspiel und ja ich gebe mal ab an sebastian ja leute hier sind wir bei the secret of retropolis was ihr gewinnen könnt und ich habe jetzt hier zu verlosen drei quest keys und drei steam keys und ja es wird aber auch nur pro person ein gewinner also ein key geben und wenn ich doppelt ziehe wird es wieder neu gezogen bis ich wirklich sechs einzelne gewinne habe und was ihr dazu machen müsst ist ja ihr müsst auf jeden fall schreiben dass ihr das spiel gewinnen möchtet und dann müsst ihr aber auch schreiben welche plattform ihr haben möchtet also möchtet ihr ein steam key oder ein quest key also wählt euch bitte einen aus eine plattform und dann müsst ihr auch noch ein codewort benennen oder in den kommentar einfügen und das codewort ist point and click adventure also das muss auf jeden fall auch in den in den kommentaren stehen ansonsten ja nehmt ihr leider nicht an der verlosung teil weil ich dann davon ausgehen muss dass ihr das video hier gar nicht geguckt habt also das müsst ihr auf jeden fall mit einbinden und ja sucht euch aus welche für welche plattform ihr das haben möchtet steam oder quest und ja die bedingungen unter einsendeschluss steht unten in der beschreibung und dann wird es auch dann die tage dann einen livestream geben wenn es dann ausgelost wurde wenn wenn die auslosung stattfindet und ja das werde ich dann auch noch mal ankündigungen ankündigen in im discord auf unserer facebook gruppe we are world germany ist auch unten in der beschreibung und ja da gerne mal drauf schauen also richtig cooles game hat einen ja einen ganz eigenen look alles ist selbst gezeichnet worden in via und das macht es aus das ganze ich liebe die alten point and click adventure und das jetzt in via wirklich zu erleben habe ich so jetzt noch nicht gehabt und ja auch cool dass es jetzt eine deutsche übersetzung bekommen hat also die die texte sind jetzt alle in deutsch übersetzt und ist kein hindernis mit nicht mehr für euch die da draußen kein englisch können also ich kann englisch besser verstehen als ich es sprechen kann von daher hatte ich jetzt hier kein problem bei dem game aber ich kann mir gut vorstellen dass da einige leute gesagt haben ne es kommt überhaupt für mich nicht in frage das spiel zu kaufen ja kostet 10 euro 79 ist auch nicht so so teuer finde ich spieldauer ist sehr gering muss man sagen aber ich hoffe dass da noch etwas nachkommt weil meiner meinung nach ist das auch gut angekommen aber auch nur zu selten bewertet worden 85 rezessionen nur ist natürlich sehr wenig und ja natürlich muss man auch sagen wenn ihr gewonnen habt wäre es natürlich cool wenn ihr da auch eine rezession schreiben würdet was ihr zum spiel zu sagen habt da würde der entwickler sich natürlich aufräumen ja leute ich sag mal dankeschön fürs zuschauen und ich wünsche euch viel glück beim gewinnspiel und ja falls ihr mich noch nicht abonniert habt jetzt auf abo drücken bis dann ciao